Was geht ab, Leute? Mein Name ist Elliot und willkommen zu einem Call of Duty Ghost Videos, wie der Titel schon sagt, warum ich Ghosts hasse. Ganz einfach. Ich werde euch jetzt ein paar folgende Punkte nennen. Und zwar lag das Game noch einmal durch Scheiße. Das Menü lag bei mir. Ja, Camper HD, so ein Wichser. Genau das geht mir auch auf und sagt die ganzen Gumblern. Und dann wundern sie sich, wieso sie dann plötzlich durch solche unfairen Mittel, wie ich das jetzt demonstriere, hier weggeholt werden. Weiß man bis jetzt ja die Intelligenz nicht, dass man sich ein paar Millimeter weiter nach rechts bewegt oder einfach die andere Seite wechselt. Nein! Und jetzt schreibt er hier gleich, what the fuck, wo er, wie, what the, ach du Scheiße, Hacker, Noob. Ja, ich esse hier den Joghurt und Dreck durch. Und zwar, das ist ganz einfach. Kämpft nicht so viel. Da werdet ihr auch nicht auf unfairen Mittel wegge... Ach, geil, das knistert in meiner Fresse. Das ist der zweite Problempunkt, den ich auch nennen will, ist einfach... Kinder. Ich habe nichts gegen Kinder. Ich habe auch nichts dagegen, dass ich spiele. Aber wenn ihr spielt, dann haltet die Fresse. Weil... Vorhin bin ich in den Lobby reingekommen und da hat ein kleines Kind schon wieder angefangen zu singen. Einfach mitten am Anfang... Alter, wenn ich sowas höre, könnte ich mir die Ohrmuschel rausreißen und mir ins Arschloch reinschieben, damit ich mir meine eigene Scheiße höre. Ja, Wahnsinn. Alter, echt, das macht mich krank. Deswegen spiele ich auch Ghosts nicht so gern. Das ist einer der wenigen Gründe. Die ziel mir in die Community ist für den Arsch. Ich weiß gar nicht, ob sie früher mal gut war eigentlich. Soweit ich weiß, war sie noch... im guten Bereich. Aber ja. Das ist einfach kacke. Dann habe ich ganze Zeit dieses scheiß Legs hier, obwohl ich Battle V4 auf ultimative Einstellungen spielen kann. Nein. Nein, Ghosts. Ich habe gesagt, das Netz, Ghosts checkt mir ab, dass die Grafikkarte und so alles andere, was ich jetzt da zuvor habe. Das alles bis jetzt nur noch Probleme laufen lassen könnte. Nein. Ghosts will das Netz. Ich habe kein Problem, Herr, Gott. Ich habe kein Problem. Dann soll es sein, nicht? Ich kann Ghosts nicht länger als eine halbe Stunde zocken, aber ich werde sie von Scheißen gehen. Wahnsinn. Ich habe mich erinnert. Ich bin ein schlechter Sniper. Das hat nichts mit meinem Skill zu tun. Sondern einfach mit der Sniper. Nein, und zwar mit dem Game an sich. Ich komme damit nicht klar. Werde auch noch ein... Ich spiele in Battle V4 zum Beispiel nur ein Sniper. Ich habe bisher noch keine andere Klassik gespielt, weil einfach Sniper mir gefällt. Ich finde es geil. Es ist einfach neu. Ich werde euch dann auch noch ein Video von Battle V4 holen. Da geht mir schon wieder mal. Drecksau. Dumme Fotze. Das Kempel ist auch scheiße. Ja, und hier... Ja, ein paar HD-Clips, also das ist so machen, so auch der Face-Clan und etc. Die schaffen das nicht alles auf einmal. Die müssen das einfach so aufnehmen. Das ist gekotzt, ey. Da, Skiller. Oh, HD! Na, okay, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch das Video gefallen hat. Das war nicht besonders informativ. Das war nur ein kurzer Ding, warum ich es hasse. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt das in den Like-Button. Wenn ihr noch irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt das in die Kommentare. Ja, und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, ja, dann abonniert mich. Ganz einfach. Also, bis dahin. Servus.